Wir sind RWE! Wir sind RWE, ich bin hier mit dem Olli. Ja, wie hast du das Spiel gesehen? Ja, ich sag mal, ich war gestern Abend schon in Wiedenbrück gegen Münster. Du warst da? Ja, ich war da. Ich wohne dann nur 20 Kilometer weg. Ich bin da 1000 Tode gestorben und heute natürlich hatte ich super nervös, das hat wahrscheinlich Puls auf 180. Und ja, wieder das 1-0 fiel durch die Kefgier halt. Ich habe Tränen geheult. Also ich bin seit über 40 Jahren zum RWE und das war super. Also heute der Kampf. Es ist eine ganz andere Mannschaft gefühlt auf dem Platz als die letzten Wochen. Dann hat, glaube ich, gut reagiert unser Trainer, den Bastian, in der Innenverteidigung genommen. War halt den Kefgier von Anfang an, der ein Bombenspiel gemacht hat. Er war für mich einer der besten Männer, wenn er auf dem Platz war. Und was ich jetzt für nächste Woche hoffe, dass sich der Eisfeld nicht stärker verletzt hat oder ernsthafter. Und ja, da müssen wir auch von der ersten Minute brennen und versuchen, früh ein Tor zu machen. Weil ich glaube, für Aalen geht es ja um nichts besser. Unser Angstgegner im Prinzip in Aalen. Aber wir spielen ja jetzt zu Hause und ja, dann denke ich mal, 2-3-0 werden wir gewinnen. Und das kann Münster nicht aufholen, das kann Münster nicht aufholen. Weil Köln ist ja keine Kirmesgruppe. Das haben wir ja gesehen, als wir bei uns gespielt haben. Das ist eine technisch richtig starke Truppe. Der Support hier, wir haben die Mannschaft getragen, oder? Definitiv, definitiv. War top. Ich war ja auf der Sitzplatztribüne gegenüber, da war auch toll. Und das waren tolle Bilder. Da sieht man einfach, was unser Verein für eine Wuchte hat. Was wir Fans für eine Wuchte haben. Was wir alle danach brennen, dass wir aufsteigen. Das war spitze. Ich danke dir, Olli. Wir sind RWE! 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 RWE!